Wir sind hier bei Leitner Interieur in Seefeld. Wir bieten Inneneinrichtungen von A bis Z und unsere ganz große Leidenschaft gehört den Luxustextilien hergestellt in Europa. Auch im Bereich Betten bieten wir individuell maßgeschneiderte Lösungen an. Besonderen Wert legen wir auch da wieder auf die Gestaltung der Betten mit unseren schönen Stoffen, das heißt in Leinen, Seide oder auch Baumwolle. Besonderen Wert legen wir auch auf unsere Accessoires, die wir jeweils saisongerecht einkaufen. Unsere Spezialität oder besser gesagt meine ganz ganz große Leidenschaft, das sind die Wohntextilien, Luxustextilien hergestellt in Europa über Seide, Baumwolle, vor allem auch Leinen und da immer Scharkastoffe, die dann auch auf beiden Seiten verwendet werden können.